Ein kleines Fail von mir. Oh, ich habe mich selber getötet, was? Ach du Scheiße. Ich habe mich selber getötet. Hallo Freunde vom Kanal BVBOK. Servus, grüßt euch. Schönen, dass ihr wieder alle da seid. Sind wir im Spiel I.G.I.2 Koffertstrike oder IGI2 Koffertstrike. Und da sind wir jetzt in der Mission 12. Zaleps Stützpunkt nennt sich das. Und ihr seht schon, wir sind hier mit einem dicken fetten Hubschrauber unterwegs und haben ein riesen Maschinengewehr an der Seite dran. Und jetzt geht es darum, hier mal alles wegzurotzen, bevor die uns mit der Bootsuga bearbeiten können. Und dann fangen wir einfach mal hier an und machen die hier mal weg. Oh ja, fallt um. Weg mit euch. Komm, fall um du Schauspieler. Du bist ja schon lange tot. Du weißt es bloß noch lange nicht. Ah, den schießen wir auch noch in die Luft da. Okay. Können wir da noch ein bisschen... Schießt da noch einen auf uns? Also doch, da im Hubschrauber. Na, sauber sag ich. Das ist ja schon wieder gar nicht schön. Okay, komm du Ölmel, dich kriegen wir auch noch. Na komm, dich kriegen wir auch noch. Los da, weg mit euch. Boah, ich mach mal alle fertig hier. Boah. Haben wir es ja ganz gut geschafft bis jetzt. Null Verwundung. Oh, ich staune. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das bis hierher ohne Verwundung schaffe. Wir müssen nachher dann gleich mal schauen, dass wir da abspeichern können. So, jetzt warten wir da mal einen Moment. Und dann werden wir hier die Türe unter Beschuss halten, damit da nicht der Nächste wieder von Zug herauskommt und auf uns schießen kann. Ai, 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 ai. So, jetzt geht es dann weiter. Jetzt kommt dann der nächste Teil hier. Jetzt sind wir dann quasi in dem, äh, seinem Stützpunkt. Und dann müssen wir mal schauen, was wir da so alles niedermachen können. Ja, ich glaube, das schaut ganz gut aus, hä? Und dann den da im Turm wegrotzen. Ah, komm, wieso lebst denn du noch? Stirb! Mein Gott! Und der da hinten, der will nicht sterben, oder was? Rein ins Fenster halten. In der Hoffnung, wir treffen da noch einen. Komm, was willst du denn tun aus dem Pär da unten? Mein Gott! Der schluckt ja. Der schluckt ja wie Hund, hey! Kann er wohl nicht wahr sein. Das ist ja der helle Wahnsinn, ist ja das. Kommt ja noch einer. Ai, 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 ai. Wie viele Leute haben denn die hier auf der Base? Das ist ja der helle Wahnsinn. Das ist ja der helle Wahnsinn. Der kommt halt um, du Schauspieler. Du bist da schon lange tot und weißt das gar nicht. So, kommen da noch welche? Oder können denn wir... Oh, da kommen ja noch welche. Ui, 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 ui. Na komm, hast dich hingelegt? Jawohl, super. Und? Wo hast du das jetzt? Ach, da kommt noch einmal einer. Ai, 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 ai. Schauen wir mal. Was sagt denn unsere Wärmebildkamera? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ai, ai, fünf Matschgal. Ach, du ahnst es nicht. Ich glaube aber, jetzt werden wir mal... Ups. Wenn wir mal aussteigen. Ich komm wieder nicht raus. Mensch. Warum komm ich nicht raus? So. Das schmeißen wir weg, das Viech. Das brauchen wir nicht. Und jetzt werden wir erst einmal ganz schön schnell abspeichern. Ja, hier sind wir im Save-Punkt. Gott sei Dank habe ich abgesaved. Das war gut so. Weil ich habe es nicht ganz bis zum letzten Rest geschafft. Und dann holen wir uns ganz schnell Waffen. Und dann schalten wir nochmal um auf unsere Waffe. Ah, ja. Okay. Schauen wir mal. Der hängt gut in der Luft, gell? Dass wir da nicht noch in der Bäckle reinlaufen. Hoppala. Das wäre undumm. Okay, den haben wir. Den haben wir. Kommt da noch einer? Das ist natürlich die Frage, ja. Wie kommen wir denn da noch? Man kann halt auch schlecht was sehen, ne. Und wenn ich aufstehe, könnte es sein, dass ich auch eine verbritzelt bekomme. Das wäre natürlich auch nicht schön. Ah, schauen wir mal schnell, was sagt denn. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, viele, ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, viele. Jetzt machen wir da erst einmal die Tür zu. Was zu ist, ist zu. So. Dann schauen wir mal da rein. Was da drinnen ist. Da ist nichts für uns. Komm, geh wieder raus. Dann machen wir da die Tür wieder zu. So, wie schaut es da drinnen aus? Okay, also der Schauspieler, der hat es also nicht überlebt. So, noch brauchen wir. Was, habe ich bloß eine Handgranate? Was soll die Kacke? Eine einzige Handgranate. Hi, Leute. Was soll der Mist? Ich brauche da ein paar Handgranaten mehr. Ein paar Handgranaten mehr. Ja. Doch, Kacke. Öffel leben noch. Ah, einer lebt noch. Scheiße. Mist. Das ist jetzt nicht gut. Das war ja knapp nicht. So, das haben wir. Das haben wir. Oh, ja, oh, 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 oh. Okay. Hall um. Oh, oh. Macht man sowas? Oh, das war ja sowas von knapp. Ach, da haben wir da noch was. Nicht, dass da noch was rumkreucht und es leuchtet. Aber ich speichere jetzt einfach noch einmal ab. Vorsichtshalber. Weil, man kann ja nicht wissen, weil auf einmal ist dann da noch so ein komischer Kerl. Jetzt laufen wir mal ganz schnell da lang. In der Hoffnung, wir haben sie wirklich alle erledigt. Es schießt keiner auf mich. Welch ein Wunder. Ich glaube, ich habe die Mission geschafft, ja? Ja, Einsatz abgeschlossen. Ja, einwandfrei. Wow. Alles da. Ich bin wieder im Geschäft. Allerdings vorläufig lieber nicht in Libyen. Zeit zum Zahlen, Freeboy. Die Acranoplane-Informationen jetzt. Da, da, Momentchen. Ach, hier. Der Hafen von Bursafaga am Rotten Meer. Lieferung an Dock 3 in drei Tagen. Wir bringen sowieso Fracht in den Hafen. Vielleicht, äh, Schmuggelware? Ich habe nicht weiter nachgefragt. Holt Walters Flugzeug selbst ab? Njet, da ist er sich zu fein dafür. Er schickt einen gewissen, äh, Robert Quest. Kennen Sie den? Der Name ist mir bekannt. Gut. Auf Wiedersehen, Freeboy. Was? Nun brauchen Sie den alten Jach nicht mehr? Ha, ha, ha. Ah, macht nichts. Ich nehme Kunden aus Prinzip nichts, Ibel. Prinzip? Sie sind ein merkwürdiger Kerl, Freeboy. So, und dann sage ich herzlichen Dank, liebe Leute. Wir haben das Ziel erreicht. Es geht dann nächstes Mal weiter in der 13. Mission. Das heißt dann Finale bei den Docks. Ihr seht jetzt hier schon einmal den Anfangsspann. Und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und macht es gut. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Kommentar. Nehmt ein Abo von meinem Kanal. Und dann sage ich holl, Trio. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Euer pvbok. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017